Musik Hey, ein Außerirdischer! Ich bin durch die Welt rumgereist, um mir die Entwicklung eurer Spezies anzuschauen. Cool! Soll ich dich zu unserem Anführer bringen? Eurem was? Zu unserem Anführer, dem verantwortlichen Typen. Verantwortlich für was? Naja, für alles. Ihr habt einen, der für alles verantwortlich ist? Nein, nein! Er ist der Verantwortliche unserer Regierung. Was ist eine Regierung? Also, die Regierung macht die Regeln für uns. Sie sagt uns, was wir tun und was wir nicht tun dürfen. Diese Regierung muss wirklich intelligent sein. Sie gibt euch kluge Regeln, denen ihr folgen müsst? Naja, die meisten sind klug. Aber einige der Regeln sind eben bescheuert. Beachtet ihr diese Regeln überhaupt? Ja, wir müssen sie befolgen, auch wenn sie bescheuert sind. Und wenn wir nicht mit ihnen einverstanden sind. Die Regierung bestraft jeden, der die Regeln missachtet. Sie sagt euch, was zu tun ist und sie bestraft euch mit Gewalt. Wenn ihr die Regeln missachtet. Und trotzdem seid ihr der Boss? Ja. Aber es gibt einige Dinge, die die Regierung tut und die ihr nicht gut findet? Naja, nicht alles, was die Regierung tut, ist besonders beliebt. Zum Beispiel Geld für Kriege ausgeben. Was ist Krieg? Im Grunde ist das, wenn die Regierung das Volk des Geldes für Waffen und Soldaten ausgibt und sie dann an das andere Ende der Welt schickt, um dort einen Haufen Leute umzubringen und deren Land zu zerstören. Ich finde es nicht gut, dass die Regierung das macht. Okay, ich kann verstehen, warum du das nicht gut findest. Habt ihr Menschen inzwischen den Entwicklungsstand erreicht, in dem ihr Diebstahl, Sklaverei und sich gegenseitig umzubringen als schlecht betrachtet? Oh ja, so weit sind wir schon. Nicht stehen, niemanden angreifen, niemanden überfallen. Aber ihr gebt der Regierung Geld und diese benutzt es dazu, Menschen umzubringen. Ja, schon. Aber die Regierung tut auch gute Dinge mit unseren Steuern. Warum hört ihr nicht damit auf, für die schlechten Dinge, die ihr nicht gut findet, zu bezahlen? Nein, das können wir nicht tun. Man kann nicht einfach aufhören, Steuern zu zahlen, weil nach den Regeln jeder Steuern zahlen muss. Aber die Regeln kommen doch von der Regierung, oder nicht? Ja. Die Regierung hat also eine Regel eingeführt, nach der ihr jeder Mann Geld bezahlen muss. Und jederzeit Steuern, weil wenn er es nicht tut, ihn die Regierung gewaltsam bestrafen würde? Nun, das ist richtig, aber die meisten Leute haben nichts dagegen, Steuern zu zahlen. Die meisten Leute fühlen sich dazu verpflichtet, Steuern zu zahlen und der Regierung zu gehorchen, weil es zum Wohl der Gesellschaft ist. Eine Gesellschaft braucht eine Regierung. Und das bedeutet, dass wir alle Steuern zahlen müssen. Also nur, um sicher zu gehen, dass ich richtig liege. Die Regierung macht die Regeln und ihr fühlt euch dazu verpflichtet, die Regeln zu befolgen. Auch diejenigen, die ihr nicht gut findet. Und sie sagt euch, was zu tun ist und droht euch, euch zu bestrafen, wenn ihr nicht das tut, was sie sagt. Und sie nutzt einen Teil des Geldes, das sie unter Gewaltandrohung von euch eingenommen hat, um es für Dinge auszugeben, die ihr nicht gut findet und von denen ihr in Wirklichkeit denkt, dass sie unmoralisch sind. Zum Beispiel Massenmord. Ja, aber wir können sie darum bitten, uns zu sagen, schlaue Dinge zu tun und nicht unser Geld dazu zu verschwenden, Menschen zu töten. Wir dürfen sie darum bitten, uns zu sagen, was zu tun ist, was unserer Ansicht nachzutun sei. Habt ihr Menschen nicht einfach nur Angst vor diesem Ding? Ist die Regierung irgendein riesiges Monster, das euch einfach so zerquetschen kann, wenn ihr nicht gehorcht? Nein, die Regierung ist kein Monster. Was ist sie dann? Kannst du mir ein Bild von ihr zeichnen? Also, eine Regierung kann man nicht wirklich zeichnen. Vielleicht kannst du mich einfach dorthin bringen. Wo ist die Regierung? Du meinst das Regierungsgebäude? Die Regierung ist ein Gebäude? Nein, aber die Politiker, die die Regierung bilden, haben ein Gebäude, in dem sie arbeiten. Also ist die Regierung eine Gruppe von diesen Politikern? Ja. Okay, zu welcher Spezies gehören diese Politiker? Also, äh, sie sind Menschen. Wie du? Ja. Also, Politiker sind Menschen und sie sind die Regierung. Und du bist ein Mensch und du bist keine Regierung. Richtig. Also sind es die Politiker, die den Rest von euch herumkommandieren und euch dazu bringen, etwas zu tun, was ihr nicht wollt, und die euch euer Geld unter Gewaltandrohung wegnehmen. Aber wenn ihr doch auch Menschen seid, habt ihr nicht auch das Recht dazu, sie herumzukommandieren und ihr Geld wegzunehmen? Nein, wenn wir das tun würden, würden sie uns einsperren. Aber schau mal, es ist nicht so, dass die Politiker das machen können, was sie wollen. Ein Politiker kann nicht einfach so bei mir vorbeikommen und mich dazu zwingen, ihm Geld zu geben. Das können sie nicht tun. Politiker können so etwas nur machen, wenn sie für die Regierung arbeiten. Die Politiker sind also nicht die Regierung. Sie arbeiten nur für die Regierung. Ja. Okay, also die Regierung ist kein Monster, kein Gebäude und keine Gruppe von Politikern. Sie ist etwas anderes. Und sie beschäftigt Politiker, die nur ganz normale Menschen sind. Und diese Beschäftigung sieht so aus, dass sie dafür sorgen, dass alle anderen gehorchen und dass sie ihnen Geld wegnehmen. Wie wird denn ein ganz normaler Mensch zum Politiker? Nun, das ist das Tolle an unserer Regierung. Wir leben in einer Demokratie. Und das bedeutet, dass wir Menschen tatsächlich die Macht haben, weil wir entscheiden können, wer von uns Politiker wird und wem wir unsere Stimme geben. Und wenn ein Politiker etwas tut, was wir nicht gut finden, dann können wir ihn bei der nächsten Wahl durch jemand anderen ersetzen. Also die Leute, die gewählt werden, können nur für einen kurzen Zeitraum die Menschen herumkommandieren und ihnen das Geld wegnehmen. Und danach werden sie wieder zu normalen Menschen? Ganz genau. Das klingt nach einer mächtigen Position. Aber wenn ihr entscheidet, wer in diese Position kommt, dann gehe ich davon aus, dass ihr immer die klügsten, ehrlichsten, fürsorglichsten und respektiertesten Leute wählt? Naja, nein, nicht wirklich. Ich würde nicht sagen, dass Politiker sich dadurch auszeichnen, ehrlich und klug oder fürsorglich zu sein. Und sie sind sicher nicht diejenigen, die unter uns am meisten respektiert werden. Wenn ich darüber nachdenke, sind die meisten Politiker Lügner und machtgeile Ganoven. Diejenigen, die ihr gewählt habt? Ja, sie tun immer Dinge, die wir nicht gut finden. Sie bereichern sich und ihre Freunde am Geld der Steuerzahler. Und sie halten sich nie an die Versprechen, die sie ihren Wählern gegeben haben. Sie wurden beim Stehlen erwischt, beim Lügen und bei der Annahme von Bestechungsgeldern. Und sie tun vor allem nur das, was die Konzerne wollen. Ja, so ist es immer. Sie sind vollständig korrupt. Sie sind nur ein Haufen Lügner und Verbrecher. Aber du hast gesagt, dass die meisten Menschen wissen, dass Stehlen, Schlagen und Töten falsch ist. Und du hast gesagt, dass ihr die Macht habt, weil ihr entscheiden könnt, wer das Sagen hat. Also warum ersetzt ihr nicht einfach diese Lügner, Diebe und Mörder durch ganz normale Leute? Wir versuchen keine Lügner oder Verbrecher zu wählen. Am Ende stellt sich nur immer wieder heraus, dass es trotzdem so geschehen ist. Aber wir brauchen eine Regierung, weil einige Menschen böse sind und möglicherweise bereit dazu sind, zu töten, zu versklaven oder zu stehlen. Die Gesellschaft könnte einfach ohne eine Regierung nicht überleben. Lass mich das mal zusammenfassen. Aus Angst vor wenigen Leuten, die möglicherweise dazu bereit sind, zu töten, zu versklaven, zu stehlen, denkt ihr, dass es für euer Überleben notwendig sei, ein System zu haben, in dem sich einige von euch für einen kurzen Zeitraum Regierung nennen dürfen, um dann alle anderen wie Sklaven herumzukommandieren und, wenn sie wollen, Massenmorde begehen und dazu Gewaltandrohungen und gestohlenes Geld benutzen. Politiker dürfen töten, versklaven und stehlen, weil es andere tun würden, wenn es die Politiker nicht selbst täten. Und ihr versucht, gute, ehrliche Menschen zu Politikern zu wählen. Aber jedes Mal stellt sich heraus, dass die Leute, die ihr wählt, Lügner und korrupte, bösartige Verbrecher sind. Das ist euer System? Ja, das ist so ziemlich eine Regierung. Das ist so ziemlich eine Regierung.